Weil ich nicht der Ansicht bin, dass man nach G8 schon weiß. Zumindest die meisten werden nicht wissen, was sie machen wollen hundertprozentig. Und so ein Freiwilligendienst, finde ich, ist einfach eine super Lösung, sich selbst zu finden, seine Berufswahl herauszufinden. Und ich finde, man kann da einfach so viel dabei lernen, dass es einfach viel besser ist, sowas zu machen, als direkt ins Studium reinzugehen.